Leute, nach zwei Wochen lade ich jetzt hier endlich mal wieder ein YouTube-Video hoch, denn ich war die letzten zwei Wochen nicht in Deutschland, ich bin jetzt aber glücklicherweise zurück und kann ab jetzt wieder täglich Videos hochladen. Die meisten hatten wahrscheinlich sowieso das Gefühl, dass in den letzten zwei Wochen nichts allzu Spannendes beim Bitcoin-Kurs passiert ist, aber das ist meistens der Fall, wenn wir uns auf den nächsten großen Move vorbereiten. Deshalb werden wir uns heute nicht nur mit dem Daily Chart beschäftigen, um zu schauen, ob wir vielleicht bereits einen Breakout in den nächsten Tagen erwarten können, sondern wir wollen uns natürlich auch den Weekly Chart etwas genauer anschauen, denn dort tritt tatsächlich momentan eine Prediction ein, die ich bereits am 03.03.2020 hochgeladen habe, wo ich gesagt habe, Bitcoin 2020 bis 2022 genaue Preisprognose und es passieren momentan viele Dinge, die sehr, sehr ähnlich sind zu der Prognose, die ich tatsächlich hier am 03.03.2020 hochgeladen habe, abgesehen natürlich von unserem großen Corona-Crash, mit denen man da leider noch nicht so wirklich rechnen konnte. Aber ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht großartig drumherum. Eine kleine Sache noch, bevor wir jetzt ins Videothema springen. Ich mache in jedem Video ein 50 Dollar Bitcoin-Giveaway. Falls ihr diese 50 Dollar bei diesem Video hier gewinnen wollt, müsst ihr nur eine Sache machen und zwar mir einen Kommentar schreiben mit eurer Meinung zu diesem Video und eurer Bitcoin-Adresse, dann könnt ihr auch schon gewinnen. Natürlich würde ich mich abgesehen davon auch darüber freuen, wenn ihr dem Video hier einen Daumen nach oben geben würdet und ein Abo dalassen würdet und vielleicht die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button aktivieren würdet, damit ihr nichts mehr zum Thema Kryptowährungen hier auf diesem Kanal verpasst. Ja Leute, schauen wir uns doch jetzt direkt mal den Daily Bitcoin-Chart etwas genauer an und zwar sehen wir da auch schon relativ schnell, dass Bitcoin nach dem großen Run-Up, den natürlich nicht nur Bitcoin, sondern auch der Aktienmarkt gesehen hat, nach dem großen Corona-Flash-Crash, dass wir uns momentan in einer ganz klaren Konsolidierungsphase befinden. Konsolidierungsphasen sind in den meisten Fällen sehr, sehr langweilig. In dieser Zeit verlassen viele Marktteilnehmer den Markt, weil sie das Interesse verlieren, weil sie das Gefühl haben, es geht in keine richtige Richtung mehr. Meistens sind diese Konsolidierungsphasen daran zu erkennen, dass ich mal, sagen wir mal, der große Marktdurchschnitt das Gefühl hat, dass sich der Kurs die nächsten Jahre genau bei diesem Preisleveln befinden könnte. Das heißt, sobald ihr das Gefühl bekommt, Bitcoin bleibt gefühlt bei 9.000 bis 10.000 Dollar noch die nächsten 5 Jahre, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass wir uns genau am Ende solch einer Konsolidierungsphase befinden und ein nächster großer Price-Move kurz bevorsteht. Das Ganze sehen wir natürlich auch relativ schön am Volumen. Das Volumen nimmt jetzt schon die ganze Zeit ab. Also seitdem wir das große Run-Up hatten, sehen wir hier wirklich ganz klar, seitdem wir hier in diese Konsolidierungsphase zwischen 9.000 und 10.000 Dollar gegangen sind, nimmt das Volumen natürlich stetig ab. Des Weiteren erkennen wir sehr, sehr schön auf dem Relative Strength Index, das heißt, dem RSI sehen wir da relativ schnell, dass wir hier einen wunderschönen Falling Wedge bilden. Ihr wisst es ganz genau, Falling Wedges haben normalerweise die Wahrscheinlichkeit höher, ein Breakout nach oben zu starten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich höher, dass wir hier beim RSI ein Breakout nach oben sehen, was natürlich bedeuten würde, dass wir in Oversault Territory gehen würden. Das heißt eher, dass ein größerer Pump auch Bitcoin bevorsteht. Wir haben aber auch in der Vergangenheit gesehen, dass solche Rising und Falling Wedges in die andere Richtung ausbrechen. Das heißt, ganz klar, was man jetzt auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass wir uns in den nächsten Tagen auf ein größeres Breakout vorbereiten können. Ob das jetzt nach unten oder nach oben sein wird, darauf kommen wir jetzt auch natürlich gleich noch mithilfe des Weekly Charts zu sprechen. Aber wie gesagt, wir sehen wunderschön, dass Bitcoin momentan nach diesem großen Run-Up, nach diesem großen Recovery Run-Up, ganz klar wieder in einer Konsolidierungsphase sich befindet. Manche Leute verlassen den Markt, haben wie gesagt das Gefühl, dass es jetzt zu langweilig ist, verkaufen ihre Bitcoin, andere kommen genau jetzt in den Markt rein, kaufen Bitcoin und das macht so eine Konsolidierungsphase eben auch auf, dass die Verteilung der Bitcoin oder des Assets sich einfach verschiebt. Ja, also manche Leute verkaufen, manche Leute kaufen, aber insgesamt ist jetzt nicht irgendwie ein großer Ansturm oder ein großer Abverkauf. Ist halt einfach eine schöne Konsolidierungsphase, wo sich das Asset von verschiedenen Leuten in andere Hände verlegt. Und das haben wir zum Beispiel auch hier gesehen bei unserem fetten, fetten Bear Market Low in 2018. Daran kann ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern. Vielleicht könnt ihr euch auch noch daran erinnern. Genau in diesem Zeitraum haben extrem viele Leute den Markt verlassen. Extrem viele Leute fanden den Markt komplett langweilig, dachten, der Kurs wird jetzt für immer und ewig da bei 3.500 Dollar rumdümpeln. Und genau als da eigentlich die meisten Stimmen laut geworden sind oder besser gesagt, wo die meisten Leute dann den Markt verlassen hatten, genau in diesem Moment hat diese Konsolidierungsphase ein Ende gefunden und wir haben den nächsten großen Price Move nach oben gesehen. Wie ich aber schon gesagt habe, möchte ich mir mit euch nicht nur den Daily Chart heute anschauen, sondern wir wollen uns auch den etwas größeren Time Frame anschauen. Und da habe ich tatsächlich ein Video rausgesucht, was ich am 03.03.2020 hochgeladen habe. Ich glaube, manche haben da bereits damit gerechnet, dass der Coronavirus so eine starke Auswirkung auf die Weltwirtschaft haben wird. Viele auch nicht unbedingt. Vor allen Dingen, glaube ich, haben nicht viele Leute erwartet, dass der Coronavirus, vor allen Dingen, weil Bitcoin zu dem Zeitpunkt relativ losgelöst vom Aktienmarkt war, haben, glaube ich, nicht allzu viele damit gerechnet, dass der Coronavirus eben auch den Bitcoin-Kurs so enorm nach unten ziehen wird und wir da so einen enormen Flash Crash sehen werden. Das heißt, wenn wir die ganze Corona-Pandemie mal, sage ich jetzt mal, wegnehmen und einfach mal davon ausgehen, dass das hier ein riesiges Fake-Out ist, das zählen wir einfach mal als riesiges Fake-Out, denn ohne den Coronavirus hätte sich an sich der Markt nicht so verhalten. Natürlich ist es passiert, aber was sehr interessant ist, direkt nachdem diese erste große Panikwelle vorbei war, kann man ja wirklich ganz schön sehen, dass die meisten Asset-Klassen zum Teil neue All-Time-Highs erreicht haben, aber vor allen Dingen sich in ihre alten Pattern wieder angepasst haben und das haben wir bei Bitcoin eben auch gesehen. Wir haben den fetten Flash Crash gehabt und haben direkt wieder an sich eine sehr starke Korrektur nach oben gesehen und Bitcoin hat sich in dieses ehemalige große Symmetrical Triangle hier wieder eingepasst, von dem wir auch schon am 03.03.2020 geredet haben und zwar habe ich da gesagt, dass an dem Punkt, wo wir das Halving sehen werden, Bitcoin sich höchstwahrscheinlich an dem Punkt befinden wird, wo es langsam aus diesem großen Symmetrical Triangle ausbricht und vor allen Dingen, wo wir uns an dem Punkt befinden, dass wirklich diese eine Phase kommt, die wir bis jetzt fast jedes Halving gesehen haben und zwar ist es tatsächlich bis jetzt fast immer so gewesen, dass direkt nach dem Halving erstmal nichts großartig passiert ist. Wir hatten eigentlich eine extrem langweilige Phase. Die Leute waren extrem gehypt, haben gedacht, am Tag des Halvings wird der Preis explodieren. Sie haben gedacht, sie werden jetzt reich, drei Wochen nach dem Halving bin ich Multimillionär. Diese Einstellung hatten leider auch mal wieder viele Marktteilnehmer und was dann genau passiert ist, dass genau danach, wenn dann alle sehen, okay, es kommt doch keine große Preiskorrektur, dann kommen wir eben, wie ich auch gerade schon gesagt habe, in diese Konsolidierungsphase. Und diese Konsolidierungsphase hält tatsächlich auch den ein oder anderen Monat nach dem Halving an, bevor dann der erste große Price Punk kommt. Und genau in dieser Konsolidierungsphase verlassen wieder die Leute, die fast jedes Mal die ganzen Bullruns verpassen, verlassen genau in dieser Zeit den Markt. Sie haben das Gefühl, es passiert nichts, sie haben gefühlt, der Kurs geht in keine richtige Richtung und sie verlassen den Markt. Die Leute, die dann eben das Geld machen, sind die, die genau in diesen Konsolidierungsphasen, in diesen langweiligen Phasen im Markt drin sind, sich weiterhin aktiv mit dem Kurs beschäftigen und da dann eben gegebenenfalls nochmal nachkaufen. Wie ihr euch erinnern könnt, wir haben ja zum Glück bei 5.300 und 6.400 Dollar bereits nachgekauft. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht allzu viele Gedanken machen, während dieser Konsolidierungsphase nachzukaufen, auch wenn das natürlich auch nochmal eine Möglichkeit sein kann. Aber dadurch, dass wir natürlich bis jetzt noch nicht hundertprozentig wissen, ob wir einen Breakout nach oben oder nach unten sehen, sage ich halt auch ganz ehrlich, gebe ich mich jetzt erstmal damit zufrieden, dass ich bei 5.300 und 6.400 Dollar gut nachgekauft habe. Mehr muss ich da jetzt tatsächlich auch nicht unbedingt in mein Krypto-Portfolio investieren. Einfach aus dem Grund, weil sollte ich jetzt hier versuchen, dieses Breakout nach oben oder nach unten mitzunehmen, habe ich ja auch immer noch meine 30% aktives Trade-Kapital, womit ich eben aktiv handele, womit ich eben Hebel trade und sowas. Und damit kann ich dann gegebenenfalls auch den Effekt, in Anführungszeichen, denselben Effekt erzielen, wie wenn ich mit Fiat-Geld in den Markt reingehe, indem ich einfach einen sehr positiven Trade habe. Das ist im Endeffekt dasselbe Endresultat. Am Ende habe ich mehr Bitcoin. Auf jeden Fall, was habe ich da eben gesagt? Da habe ich ja ganz klar gesagt, okay, es wird erstmal eine Weile dauern. Und um genau zu sein, haben wir hier an sich ziemlich genau bis Ende Juli die Prediction gemacht, dass bis Ende Juli nicht allzu viel passieren wird, bevor dann der erste große Pump kommt. Und das passt natürlich jetzt momentan wunderbar hier auch mit der Preisentwicklung, die wir in den letzten zwei Wochen sehen. Bis jetzt war es sehr, sehr langweilig. Ja, durch den Coronavirus wurde es halt ein bisschen spannend, aber auch seit dem Halving, muss man sagen, war einfach eine sehr langweilige Konsolidierungsphase. Und wir haben jetzt einfach den Vorteil, jeder, der das Video sieht, hat den Vorteil, dass er noch aktiv im Markt drin ist und ganz genau weiß, dass meistens nach so einer Konsolidierungsphase, vor allen Dingen, wenn das Volumen abnimmt, wenn sich die RSI zuspitzt, das heißt, sich darauf bereit macht, einen großen Move nach oben oder nach unten zu machen, was natürlich bedeutet, einen großen Move in Oversault oder Overboard Territory zu machen, dass wir da dann natürlich uns auf den nächsten großen Price-Move vorbereiten können. Und genau das müssen wir jetzt auch machen. Wie gesagt, hier die Trendlinie finde ich sehr, sehr interessant. Ohne die ganze Corona-Krise hätten wir hier immer nur kleine Price-Wigs drunter gehabt. Und deshalb ist das an sich immer noch relativ, also jetzt seit fast drei, seit fast vier Monaten ist eigentlich dieses Video hier immer noch relativ verliebt, weil ohne diese ganze Corona-Krise hätten wir höchstwahrscheinlich genau dieselbe Preisentwicklung gesehen, wie wir hier bereits in dem Video erwartet haben. Wir haben einfach nur nochmal durch den Coronavirus eine richtig schöne Opportunity gehabt, bei 5.300 und 6.400 Dollar nachzukaufen. Und das war es eigentlich. Ansonsten ist alles relativ ähnlich geblieben. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass nach dem Halving jetzt nicht direkt diese riesige Preisexplosion gekommen ist, ist nichts unbedingt Schlimmes. Das ist nichts Unerwartetes. Wir müssen jetzt natürlich einfach nur darauf achten, dass wir am besten hier beim Relative Strength Index und dann natürlich hier bei unserem kleineren Symmetrical Triangle und dann eben auch bei unserem großen Symmetrical Triangle bis Ende des Monats. Und da haben wir wirklich noch 30 Tage Zeit, dass wir da dann einen Breakout nach oben sehen. Und dann kann es sogar sein, dass dieses Video hier tatsächlich 1 zu 1 in Erfüllung tritt und wir im August, wie ich damals gesagt habe, im August den ersten großen Price-Move nach oben sehen werden und wir im August das erste Mal wieder die 14.000 Dollar antesten werden. Das war es jetzt auch schon von mir. Es gab jetzt hier an der Stelle einfach ein kleines Update. Ich würde sagen, wir losen jetzt noch den Gewinner von meinem letzten Video auf. Schauen wir doch einfach mal, wer der glückliche Gewinner, der 50 Dollar in Bitcoin ist. Ich habe tatsächlich meine Exodus-Wallet gar nicht offen. Die muss ich natürlich schnell mal öffnen. Zack. Und dann senden wir doch hier, wie viele Kommentare sind es? 842, gar nicht mal so schlecht. Dann senden wir doch hier noch dem glücklichen Gewinner seine 50 Dollar in Bitcoin. Es ist der Tyrone Austin und er schreibt sehr informatives Video mit drei Ausrufezeichen. Freut mich auf jeden Fall, dass dir mein letztes Video gefallen hat. Ich hoffe natürlich auch, dass dir dieses Video hier wieder gefallen hat. Ich sende dir jetzt hier noch deine 50 Dollar in Bitcoin. Ich hoffe natürlich, wie immer du machst was draus. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns höchstwahrscheinlich morgen wieder in einem Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.